Erst im Juni 1980 ist aus der Waldbühne wieder das, zu vernehmen, an was kaum noch einer geglaubt hat. Ein unendlicher Jubel. Als Reggae-König Bob Marley sein Get-Up-Stand-Up anstimmt, sind 18.000 Zuschauer nicht mehr zu halten. Die Waldbühne, sie lebt doch noch. Und Bob Marley gibt Zugaben. Wir haben Bob Marley erlebt und die Leute haben alle geschwungen.